so da sind wir wieder genau wie suchen die schätze weiterhin der andere ist jetzt hier in ordnung gehe ich also jetzt hier geradeaus oder was sind die gegner ich werde es gibt auch irgendein okular was mir gegner ein zeigt hey das war der eine ein zweiter zumindest hinten na komm rein mit dem doppel angegriff ist das relativ schnell erledigt hier und noch ein dritter ein vierter sogar noch wunderbar meins nummer zwei hätten sich noch einen ich würde ganz gerne gleich mal ein paar gegner erledigen damit ich es mir irgendwann in den rücken fallen ja mein gott so großes ding ist auch nicht ich sehe tatsächlich überhaupt gar kein kristall oder sowas so ein golem oder das ganz kurz bevor das hier irgendwo ist der wieder resistent gegen irgendwas ist würde ich doch ganz gerne mal gucken er ist ihm ärgerlich ärgerlich sehr ärgerlich aber zum angreifen oder dass der dingens mit angreifen kann hier ich weiß es bringt mir nicht viel kurz ein bisschen provian schnappen und mal kurz kurz gucken ob ich irgendwas habe was er ihnen noch gefährlich werden könnte magie spitterhage ist offensichtlich nicht so rost es bringt wahrscheinlich auch nicht spitterhage habe ich immer noch ähm nein ich habe praktisch gar keine zauber mehr die gefährlich werden könnten das ist ein bisschen ärgerlich da muss ich jetzt ein bisschen auf ne da muss ich einfach mal laden ganz ehrlich ich werde nicht so lange auf meinen begleiter jetzt äh warten bis er immer diesen sumpfgolm erledigt hat weil das dauert echt stunden wahrscheinlich und ich hoffe mal dass die karte das erschatz nicht gerade da in der nähe ist ich hoffe es wirklich er ist hoffentlich eher hier oben den sumpfgolm werden wir später mal legen wenn wir da mal in der nähe sein sollten da ist ein hütchen und darüber müssen wir auch gleich mal warte mal einfach nur gehen reicht auch schon na kommst du angelaufen da hinten oder was nö dann nimm mal das geld auf die schippe aufs korn oder er greift da hinten schon mal an ist auch noch nicht schlecht und hier ist der schatz vergraben also in anführungsstrichen der schatz ob es das so etwas großes wäre hier ein geisterpilz ein totes skelett wo ist eigentlich der hund hin der höllenhund egal graben wir erstmal wieder diesen nutzlosen schatz aus wahrscheinlich kriegen wir jetzt so einen rostigen löffel oder rostiges messer oder irgendwas in Richtung geht rennte wege Schatz ein handspiegel wer in die hand hält kann sich darin spiegeln irre das ist alles fragezeichen ach guck mal da sind noch ein paar scherben leuchtenden waffen sogar teilweise na komm sterb schon alle tot so schattenwaffe nummer eins schattenwaffe nummer zwei und wo ist die dritte komm wir waren drei leute ja bestimmt drei schattenwaffen gehabt die mir aber scheinbar nicht geben wollen sehr ärgerlich dafür sich da hinten weitere gegner die ich auch ganz gerne aufs korn nehmen würde blut zwei skelettchen na erstmal so ein freies land ist auch nicht dass du mir einmal angreifen kannst das ist immer ein schattenland sind wir ehrlich so ein totes skelett ein zweites totes skelett was ist das denn gerade was ist das denn gerade ich habe irgendeinen sound effekt gehört klein wie so ein stöhnen oder rufen wie auch immer oh oh ja wisst ihr was dann legen wir den einfach ganz kurz noch wir haben ja nichts zu tun gerade speichern können wir vielleicht erstmal den den höllenhund bitte töten so jetzt dich schattenlos des wahnsinns aua uiuiuiui ja vielleicht legt ihr auch die bei uns kriegen wir mal hin wir müssen nur ein gutes feld bekommen na das war lass mich bitte in ruhe nee 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 kurz mal zweimal probierend genommen hohohoho so nicht mein Freund vergiss es hohoho vergiss es doch nicht aufpassen 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 mir ist ein bisschen probierend genommen ja gleich bist du tot gleich bin ich tot ach gut zwar gestorben ich glaube am dritten mal habe ich Glück günstigerweise habe ich auch so gespeilt dass der Hund gleich auf mich zukommt und auch der Schattenlord weg bisschen darauf achten immer den Schattenlord ein bisschen den Blick behalten oh Gott ne 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 aua da haut er mich mit seiner Riesenkeule ärgerlich eigentlich brauche ich kaum ein Fabiant nehmen weil ich bin wahrscheinlich eh gleich super viel tot warte mal geht grad auf dich ein bisschen hör bitte auf jetzt in die falsche Richtung zu zaubern ja und das war es mein Freund gib mir deinen Kram was hast du ein Schädel und wahrscheinlich ein schwarzes Herz genau und ein Schattenzepter natürlich sehr sehr gut der Hund ist wahrscheinlich auch irgendwo gestorben da hinten liegt er und wir speichern wir sind schon eingeladen zu Tode gekommen offensichtlich ein toter Soldat hat 15 Gold bei sich ist hier noch irgendwie kristallen mäßiges irgendwas los da ist noch eine Bleiche was blaues da hinten war eine Pflanze nehme ich natürlich auch noch an mich aber ist wirklich nichts kristall ähnliches oder komisch na gut dann ist hier wohl nicht viel aber noch weitere Soldaten haben wir wir haben einmal hier einen Runenring und einen Knochen und einmal rum was bringt mir denn der Runenring bitte Ausrüstung in der linken Hand habe ich nichts hier kann nur diese Knarre ähm Ring genau Runenring bringt mir klingensicher Runenmagie mehr und Alchemie mehr ähm was habe ich hier eigentlich gerade angelegt ich habe einen Kristallring mehr Kristallmagie das ist doch eigentlich ganz gut und für diesen Verlobungsring den werde ich natürlich jetzt nicht anlegen das wirkt ein bisschen komisch glaube ich habe ich hier hinten schon gelootet habe ich nicht 20 Gold und da sind noch zwei Sklette ich muss auch jetzt einmal zu dem äh kleinen Wicht zurück der mich irgendwie von einem sinnlosen Schatz zum nächsten ähm lockt oder führt Autsch so einmal das und einmal das dann noch einmal Proviant genommen und kurz gucken wo der kleine Typ ist der war irgendwie hier in der Nähe laufen also schon praktisch direkt darauf zu liegt da noch irgendwas rum man kann hier hochklettern das habe ich durchaus schon bemerkt auf der anderen Seite auch mal hinter dem Schattenlocken auch hier auch irgendwie hochklettern auch das habe ich bemerkt wo stehst du denn rum war das hier irgendwie äh das war doch hier in der Nähe oder ist der wieder zurückgelaufen da wo er gerade war also da wo ich ihn zuallererst aufgegabelt habe mal das wäre dann da oben glaube ich gehen wir mal hoch da war auch das Feuer ich glaube deshalb hat sich wieder hingesetzt hat sich wahrscheinlich macht jetzt immer noch ein Lenz oder sowas ich höre irgendwelche Gegner hohoho okay bin ich hier falsch oder was ach da oben kommt ja einer na lass mal lass mal große Ehre diesen Dämon zu vernichten vielleicht muss ich mal kurz da hochklettern aber hier war doch irgendwo Blutwurzel ich glaube ich bin da wirklich falsch speichern äh Quatsch speichern wo ist denn der komische Wicht hin der will ja nicht weggelaufen sein der wird wahrscheinlich äh irgendeinen sinnlosen Abschluss äh Abschlussspruch irgendwie einbringen hier mal hier hoch und dort hoch ah ja hier ist das Feuer okay das war der Weg den ich vorher nicht äh bis zu Ende gegangen bin und sitzt du da rum das tust du nicht okay hm wo ist er hin wo hat er sich niedergelassen er steht irgendwo rum das Dumme ist in dieser absolut farblosen Gegend kann man auch irgendwie nicht besonders weit sehen beziehungsweise sieht nicht man sieht schon relativ weit man sieht irgendwie kaum Unterschiede zwischen verschiedenen Formen und dann nehmen wir erstmal kurz das Gewächs auf was ich offensichtlich vergessen habe in Schlangenwurzel oder was auch immer noch sein soll ja ist es ich habe nämlich noch kein einziges Mal im Spiel irgendwas wirklich zusammengebraut kann das sein äh äh ja gut äh dass die Gegend gefährlich ist weiß er ja mittlerweile stehst du wieder auf bitte ja ja das tust du sehr schön da ist also der Höllenhund der uns irgendwann mal äh umgangen hat ja bis du äh wieder äh bei Bewusstsein bist durchgross man die Schlangen äh die komische Grabspiele da hinten glaubt mich ich könnte ich sie mal treffen ne 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 bitte fließt du jetzt will keine Fäden mehr spinnen ja äh vielen Dank für diesen großartigen Spruch du solltest Gedichte schreiben jetzt komm jetzt mach schon wieder auf oh 15 Gold vielen Dank erstmal kommt dass du bewusstlos bist heißt nicht dass du irgendwie tot bist weil man kann dich irgendwie heilen das ist ja auch eine Möglichkeit ich hab ja glaube ich einen Heilzauber oder sowas gehabt äh Magie Heilung heißt Heilung Heilung von äh heil ich andere das tue ich nicht gut ja toll Rosco ist jetzt äh erstmal noch weiter bewusstlos ich hoffe der steht irgendwann mal wieder wirklich wieder auf bewusstlos heißt ja nicht tot ansonsten hab ich das hier äh richtig verkackt egal ähm wir haben aber trotzdem noch einige andere Schätze die wir heben wollten irgendeiner war hier glaube ich bei diesem Turm dann müssen wir kurz mal ins Logbuch gehen und auf äh wo sind wir gerade Takarigua gehen der Schatz im toten Land von Takarigua auf der Karte markieren haben wir also wirklich nur das eine Quest hier ab zu absolvieren und tatsächlich ist sie da hinten müssen wir also dorthin hier war auch glaube ich irgendwo der Golem noch äh den wir natürlich irgendwie umgehen müssen und hoffen dass der Rosco irgendwann mal lebt doch oder irgendwann wieder wieder lebt mein Bewusstsein ist natürlich ich müsste eigentlich das jetzt von irgendeinem Tier erledigt wurde aber ich finde es ehrlich gesagt gar nicht mehr so schlecht denn ähm das macht die Sache schon etwas realistischer mittlerweile dass sich einfach die NPCs einfach irgendwo in der Gegend rumstehen bei dem Motto auch mach du mal ich überlebe hier eh weg hahaha das war knapp das war nicht knapp so echt geil das ist ja wirklich der einzige der eingegriffen wird das ist natürlich sehr schön für meinen Begleiter der einfach nur ähm seine Maschine zwei Stunden lang nachladen kann so danke dafür danke dafür das ist irgendwie eine Truhe oder sowas und da ist das Schiff das ist zufälligerweise mein Schiff das kann sein so gehen wir nachher auf diese Insel gehen wir besser noch gleich zu dieser Truhe wo ich da gerade äh die ich da gerade gesehen habe hier sind nur ein paar Knochen Blutwurzel und einige Skelette ah war nicht rechtzeitig ärgerlich und tot ja endlich sehr schön gehen wir weiter Nummer 1 Nummer 2 lass mich raten das ist hier irgendwo oben ok und tatsächlich mal schauen was ich hier finde mitten im feines Land na ist auch schon das Gras mit angespüht worden sehr schön der Schatz und Totenland von Takerigua mal gucken wir finden 90 Gold eine Perle ein Jagdhorn und ein Schädelbecher ein Relikt aus einer anderen Zeit perfekt toll ok das klang jetzt irgendwie komisch hinter mir kann man hier irgendwie rein oder sowas das wäre ehrlich gesagt nicht so aus ok kann man hier irgendwie noch weiter gehen und vielleicht irgendwelche untoten Muscheln aufgraben oder sowas ne nur irgendwelche weiteren Höllenhunde aber gut die holt's aufs Korn noch dann gehen wir noch einmal zu Rasko na komm und äh wenn der schlichtweg nicht mehr lebt mit einem Anker wo er jetzt immer noch nicht so bewusst sein ist dann äh können wir hier auch nicht wesentlich mehr tun auf dieser Insel glaube ich dann haben wir Takerigua im Prinzip abgeschlossen wenn ich es richtig verstanden habe das wäre tatsächlich die erste Insel die wir wirklich komplett abgeschlossen haben kann das sein guck mal eine weitere Truhe oh knackbar so ein Goldherz ein Golderz und eine Goldpfanne wie nett noch irgendwas hier nein Muscheln scheint es generell nicht zu geben mehr in solchen Landen Muscheln gibt es nur in lebendigen Reihengewässern lass mich fantastisch einmal das und einmal das ich bin schon gespannt auf welche Kreaturen wir als nächstes treffen wenn wir wieder nach Taranis segeln ob es wieder eine Seeschlange sein wird ob es wieder irgendwelche irgendwelche Seefahrer sein werden die versuchen uns zu entern oder irgendwas in der Richtung mal schauen was ist das denn bitte das ist bitte erst nicht Rasko ne du bist definitiv nicht Rasko du bist einfach nur ein Scherge aufnehmen was aufnehmen eine Geisterblume aufnehmen ist hier irgendwas Schönes nö das schönste definitiv gar nichts vor allem sehr farblos alles ähm man kann da rüber aber ich will gerade keinen Grund darin sehen eine weitere Grabspinne vielleicht ein bisschen Abstand gewinnen so wunderbar wo ist denn jetzt der liebe Rosco nochmal hingelaufen oder beziehungsweise er hat sich hingelegt der war ja auch hier ganz in der Nähe kann es sein ständig einen neuen Weglaufe da hätte es eine Truhe ich glaube der war ganz in der Nähe von einer Truhe gehen wir also mal zur Truhe orientieren uns neu hier war schon wieder das komische Geräusch ah da steht der Gott sei Dank äh speichern alles wieder fett mein Junge ich habe deinen Schatz gefunden ich habe deinen Schatz gefunden und spann mich nicht auf die Folter von wie viel Gold sprechen wir tausend? zehntausend? jetzt sag schon in der Truhe war nur ein Spiegel in der Truhe war nur ein Spiegel ein Spiegel? das kann nicht sein du musst die falsche Truhe erwischt haben warum sollte mein Vater einen Spiegel vergraben er hat mir gesagt er hat den größten Schatz versteckt den ein Mensch je zu Gesicht kriegen kann er muss hier also irgendwo sein zur Not graben wir die komplette Insel um mir nach oh man die Waber werden sich um mich reißen ich heirate gleich am besten drei oder vier du bist ziemlich naiv der größte Schatz den der Vater natürlich bekommen konnte war natürlich sein Sohn deswegen hat er einen Spiegel bekommen wo warst du? na komm gehen wir noch ein bisschen hinterher vielleicht geben wir noch ein bisschen Erfahrung dafür und ziehen die ein bisschen aus seinem Leid heraus ist doch auch ganz schön äh mal kurz gespeichert bringen wir uns mal kurz zum bitteren Ende diesen Quest vielleicht freust du dich auch am Ende ok aber es wirkt die ganze Insel ab ich kann der Quest erhaltlich vor Glück reden dass wir mittlerweile alles besiegt haben hier ich bin mir sicher hier ist der Schatz Gold, Rubine, Edelsteine das alles wird uns gehören also schnapp dir deine Schaufel und heb ein paar Löcher aus irgendwann stoßen wir schon noch auf die richtige Truhe das führt zu nichts jetzt gibt es auch oder du willst den Schatz also wirst du auch graben ja komm du willst den Schatz also wirst du auch graben pfh gib schon her die Schaufel ich zeig dir jetzt wie ein echter Pirat das macht wirst schon sehen ich finde den Schatz bevor du bis 3 zählen kannst 1, 2, 3 verdammt ich buddel jetzt schon seit Stunden und habe nichts aber auch rein gar nichts gefunden dabei hätte ich längst auf einen Berg voller Münzen stoßen müssen was du nicht sagst Moment was was ist das eure Reise ist zu Ende mein Sohn hat versagt er hat meine Hinterlassenschaft nicht zu würdigen gewusst er wird mir ins Schattenreich folgen Vater was nein nun zu dir sag hast du erkannt was der größte Schatz ist den ein Mensch jemals sehen kann sagst du mir was mit Roscoe passiert ist nein ich bin es selbst das ist nicht schlecht ja das weite Meer ich will Gold und keine Rätsel ja wahrscheinlich ich bin es selbst das ist ja ich bin es selbst deine Antwort war weise und auch nicht schwer der Spiegel zeigt unser Ebenbild und unsere Existenz ist wertvoller als jede Münze die wir tragen können zum Dank will ich dir diesen Diamanten überreichen seine Reinheit soll dir ein Zeichen auf deinen Wegen sein leb wohl Mensch oh Mann was für eine Geschichte ja die glaubt mir kein Mensch aber ich hab viel Erfahrung bekommen gar nicht mal schlecht ähm ich hätte tatsächlich gedacht dass äh ich wusste nicht dass es gleich irgendwas immer natürlich ist tatsächlich ich ging wirklich davon aus dass ich kann ja jetzt zum Schiff zurückkehren nicht gesagt ähm dass es wirklich so ist wie ich gesagt habe also sozusagen der ähm der ähm der Vater seinen Sohn klar machen wollte dass er ihn unglaublich liebt und dass der große Schatz in seinem Leben dementsprechend sein Sohn ist oh Gott nein und zwar ein schrecklich großer ein Seeungeheuer lauert uns vor der Küste auf gut wir wissen ja was zu tun ist dieses Ding scheint das schnellste und gefährlichste bisher zu sein wenn du mich fragst also mach dich auf etwas gefasst wenn du in See stehst wird es nicht mal wieder Zeit deine Crew zu inspizieren das mache ich aber erst in der nächsten Folge und ihr wisst ja auch was danach schon auf uns zukommt ein kleiner Seekampf wir sehen uns also in der nächsten Folge wieder bis gleich